De schon die Gräder hingestellt, er braucht nur Rinse schluppen. De Kindergrin, der ranz und ahn, ohne Sacktuch vor de schnuppeln. Oh, sind sie dann all aus dem Haus, da denke meist bei mir, Gott sei Dank. Ohne Aus läuft gar nichts, ohne Aus geht nix. Wäsche, Bischen, Kochen, ohne Aus läuft nix. Noch schnell mit dem Dackelgassi gehen und dabei ein bisschen beim Nopper stehen. Oh, was ist da, so ein bisschen Sprachen, das gehört doch der Schöne. Ach, da verbrichte doch neid, die paar Minuten. Ne, man kann sich ja sonst neid, hast du von gut recht. Ja, wie kommt man da sonst noch hin? Genau, dat ist. Wau man sich da ver schlecht gebissen, das macht man wirklich nicht. Doch erzähle mir dann dat nausche, und doch hört man ka sehr bis im Dorf. Wer kriegt Kinder, oh, wer hat geheiratet? Und hoffentlich ist keiner gestoßt. Oh je, schon fall'n Bettach. Oh je, oh je. Wollt schnell an, an de Dipper. Oh je, oh je. Ja, wat soll man reich ned kochen, wat ham man noch im Haus? Wat is kanzhaft, und sieht nur eppes aus. Het gibt Kruppan mit Glidl, mit Dürfleisch gut geschnitzt. En Essen dat alle gut gefällt. Het gibt Kruppan mit Glidl, mit Dürfleisch gut geschnitzt. En Essen dat alle gut gefällt. Jo, dat kochen eicht da war. Jo, dat essen mein jo kreinig geha. Und außerdem, die Sachen hast du auch immer im Haus, Kruppan, Meeres, Leider und so, obwohl wir kennen auch ganz andere Stadt. Also wir kennen auch so richtig gut so, mit allem drum und grad. Ich meine, ich zieh mich, oder nicht? Ja, das ist jeden Fall. Wir lernten backen und kochen gut. Und alles schmeckte so wunderbar. Und mir fiel lang gar nicht auf, dass ich doch aus der Fassung kam. Darum traf mich fast der Schlag, als ich an einem schönen Tag beim Räumen im Schrank So, kreinig, mein Leib wieder fangt. Hehehehe. 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 Ei mit Schinken dazu, sind für mich jetzt da gut. Brötchen knusprig und frisch, sind ersatzlos gestrich. Oh, 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 alles, was mir gut schmeckt, wird nun nicht mehr gedeckt. Picket uns wie die Hühner, nur durch Müsli und Korn. Das ist kreilig.